So Leute, willkommen zurück zum Pokémon Trading Card Game. Heute mit hauptsächlichem Booster aufmachen und ein bisschen Erklärung. Zum einen möchte ich sagen, ich fand es cool, dass ihr den letzten Part wirklich so gefeiert habt, den langen. Der war echt extrem übel lang. Dann lassen wir das einzelne Boosterpack auf. Aber er hat euch gefallen, ich fand es bloß schade, dass auch gesagt wurde, dass manche nicht mit Werbung gesehen haben. Das finde ich schade, weil gerade in so einem Part schaue ich mal vor, wie viel ich da aufnehmen könnte. Und ja, Leute, Werbung, darüber finanziere ich mich. Ohne Werbung würde es dieses Let's Play nicht geben. Oh, ein neues Toxiquack EX, das ist auch schön. So, jetzt kommen die Booster, die wir brauchen. Haha. Ja, was gab es denn sonst noch so? Ja, sonst bei den Kommentaren nicht viel los. Und bei mir privat jetzt auch nicht so wirklich. Ich habe mal wieder in meinem Digimon RPG weitergearbeitet. Ich mache ja ein Pen & Paper Rollenspiel. Und ja, ich arbeite stetig dran. Mal gucken, vielleicht kriege ich es irgendwann sogar halbwegs spielbar. Ein Fyrnon Tor EX haben wir jetzt auch in unserem Team. Das finde ich schön. Ein Stami, das mir aussieht wie ein Laser, ja, wie er in diesen Spionage-Filmen benutzt wird, um eben Glas zu schneiden. Schon mal Schwachsinn, dafür nimmt man Diamanten, aber trotzdem. Oder so ein Bewegungsmelder. Tiefsee-Wirbeln, mische deine Handkarten in dein Deck, ziehe anschließend sieben Karten. Und Gleichgewichtsfessel. Wenn du und dein Gegner selber eine Anzahl Pokémon auf der Bank habt, ist das aktive Pokémon deines Gegners jetzt paralysiert. Okay, es ist okay. Es ist kein tolles Pokémon, aber es ist okay. Ähm, durchsuche dein Deck nach einem Pok- Ja, den Schwerball kennt man. Es ist ein neues Design, aber den Schwerball an sich kennt man. Ja, Leute, es wird kalt, der Winter kommt. Habt ihr auch alle schön eure Weihnachtsdenke über Amazon gekauft? Nein, habt ihr nicht. Zumindest nicht über meinen Link, soweit ich das sehen kann. Aber es ist schön, dass ihr euch, wenn ihr eine schöne Weihnachtszeit habt. Was, wie verbringt ihr denn Weihnachten eigentlich? Feiert ihr es mit den Eltern oder feiert ihr privat? Schreibt mir das auch mal in die Kommentare. Würde mich wirklich mal interessieren, wie ihr Weihnachten feiert. Und was gibt es zu essen? Mein Vater sucht noch. Was er zu essen machen kann. Ja, aber furchtbar. Immer die Suche nach dem, was kann man essen. Also hier ist ein Quiekel mit Pulverschnee und Lebensstelle braucht zu viel Energie. Spiegelsperre und Risikoteckel. Das Wingenau kennen wir auch schon. Magnetischer Kreislauf. Achso, das ist das, was... Ne. Achso, damit kann man beliebig viel Elektroenergie von seiner Hand spielen. Und ein Donnerkeil, der mehr so auf dem Feuertyp basiert, dass man eine Karte ablegen muss für viel Schaden. Auch schön. Das Pokémon, das sehr, sehr merkwürdig ist. Und es hat auch nichts Tolles drauf, muss man sagen. Oh, meine erste Turbokarte. Und du bist ein Florgis. Florgis. Ich muss jetzt mal gerade hier... So, ich habe jetzt mal meinen Bildschirm gedreht. Ja. Den halte ich jetzt in hinten. Mache ich ganz toll. Regel für die Turboentwicklung. Ja, es erhält die Attacken, Schwächen und Resistenzrückzugskosten aller seiner Feuerentwicklungen bei. Äh, nicht aller Feuerentwicklungen. Und es kriegt zusätzlich noch blumige Brise. Einmal während deines Zuges vor deinem Angriff kannst du bei einem aktiven Pokémon 30 Schadenspunkte heilen und einen speziellen Zustand entfernen. Ist schon mal eigentlich ganz cool. Außer, dass es eine Fähre ist. Aber wir machen weiter. Ihr wisst, ich will meinen Mioto haben. Äh. Es sieht ganz... Ich mag das. Weil das ist so eine richtige Figur inmitten von echten Kakteen. Das sieht cool aus. Dann hier ein Zorua mit Schleife im Haar. Und ein Reslarado mit Rückzugskosten. Und das sogar nicht ihr Ex-Pokémon angreifen kann. Aber wir sind ja noch lange nicht fertig. Ach Gott. Oh. Mega 4-9-Tor. Mit Kryomund. Wenn auf diesem Pokémon mindestens 10 Schadensmarken liegen. Also 100 Schaden. Das Vieh schon hat. Fügt dieser Angriff 150 weitere Schadenspunkte zu. Das ist übel. Das ist richtig übel. Eins haben wir sogar noch. Dann machen wir das letzte Booster-Pack auch noch auf. Hundemons Geisterbund. Glatrop mit eisiger Abgrund und Eissturm. Ein Flabbewee mit Wunschtraum. Und zuletzt noch ein Mega-Finn. Und so haben wir eingelückt. Das ist wahrscheinlich total selten. Dann machen wir jetzt ein kleines Spielchen. Ich weiß auch gar nicht mit welchem Deck wir spielen wollen. Mit Geräuschen im Hintergrund. Gut. Wir spielen mit dem Stahldeck. Heute mal. Ihr seht auch. Ich werde es wieder nicht schaffen. Das bis zum Ende wieder zu machen. Weil ich einfach nicht die Zeit dafür habe. Ich komme nicht dazu. Es sind viele Leute die dann meinen. Ja. Als Student hat man doch eigentlich Zeit. Mit Studenten meinen auch ich habe Zeit. Aber es ist halt wirklich so. Wenn man jetzt playt, man muss sich dann um die anderen Projekte noch kümmern. Man hat ja auch privat immer mal ein bisschen was zu tun. Das wird ja oft unterschätzt. Dass man auch ein Privatleben hat. Auch wenn man studiert und Informatik studiert. Und hier let's playt hat man trotzdem immer noch ein Privatleben. Und das wird oftmals dann ignoriert. Du hast doch Zeit. Du hast doch nur da und da Uni. Und dann machst du da und da was privat. Dann machst du da und da. Hier bist du in der Uni. Das passt doch. Und dann hast du hier deine Let's Plays. Das ist doch okay. Ja schön. Was ziehe ich denn hier eigentlich so ein Mist? Ja und dann wird völlig ignoriert, dass ich halt auch dann privat irgendwann auch noch mal was machen möchte. Das macht gerne mein Vater so. Der sagt halt, ja du hast doch Zeit. Du hast doch jetzt gerade keine Uni. Gut. Keine Uni bedeutet, ich bin nicht in der Uni. Ich muss trotzdem noch Aufgaben machen. Und wenn ich dann gerade mal fertig bin, dann... Ja du hast doch gerade nichts zu tun. Da kannst du mir doch gerade mal zur Hand gehen. Ja danke. Jetzt bin ich gerade mal fertig geworden. Jetzt würde ich gerne 10 Minuten mal ausspannen. Und dann kommst du mir wieder an. Und das ist leider privat bei mir öfter so. Dass dann... Gerade dann, wenn ich gerade mal entspannen will und eigentlich nichts tun, vielleicht mal einen Film gucken. Dann ist wieder doof. Übrigens, habt ihr das mitgekriegt von One Piece? Um jetzt mal das Thema etwas akkurat zu wechseln. Also ich meine, ich find's ja schon mal klasse, dass ProSiebenMax hier Animes ins deutsche Fernsehen jetzt richtig übertragen möchte. Muss ich sagen, find ich gut. Was dann wieder so ein bisschen dem entgegenwirkt. Dass das für uns jetzt killt und wir das in Kraft gleich nochmal machen können. Egal. Ne, was dem entgegenwirkt ist, die wollen jetzt die neuen Folgen von One Piece, also Marine 4 Arc. Das wollen sie um 8 Uhr morgens samstags ausstrahlen. Ich meine, sag mal, geht's noch? Ihr habt... Ihr seid der Kanal, der gelernt hat. Dass Jugendliche das gucken. Ja. Weil ihr strahlt ja auch nachts aus. Gut, unter der Woche nachts ist auch immer doof. Obwohl, bei mir geht das noch. Ja, aber ihr habt gelernt, dass Jugendliche das gucken. Deswegen macht ihr die Zensur nicht. Und dann strahlt ihr es zu der Zeit aus, in der jeder normale Mensch noch schlafen würde. Respekt. So blöd muss man erstmal sein. Also, dafür habe ich kein Verständnis. Aber gut, ich gucke eh die japanischen Folgen mit Untertiteln. Muss ich dazu sagen, jeden Sonntag. Jetzt hat mein Gegner das Glück von mir eben. Ja, dieser Part hier wird übrigens nicht so extrem überzogen sein. Das sage ich gleich. Will ich nicht. Dann wollte ich noch irgendwas erzählen. Mein Foxy Plüschi müsste jetzt bald in Deutschland ankommen. Ich freue mich sehr drauf, wenn es endlich hier ist. Ja, ich bin, ihr wisst ja, ich bin ein Five Nights at Freddy's Fan. Und ich habe mir ein Foxy Plüschi bestellt für all diejenigen, die das nicht mitbekommen haben. Also Foxy Plüschi, ein Plüschi des Charakters Foxy aus Five Nights at Freddy's. Ja. Wann es denn noch hier ankommt, bei mir ist noch etwas fraglich. Weil ich nächste Woche erstmal, weil ich es zu meiner Mutter bestellt habe. Da ich nicht weiß, wann ich zu Hause bin. Und bei uns ist es mit der Post ja eh so ein bisschen dämlich. Und deswegen muss ich da mal gucken, dass ich das dann bei meiner Mutter irgendwann mal abhole. Ist halt auch ein wirklich sehr, sehr dämlicher Weg bis zu meiner Mutter. Nicht mal, weil meine Mutter jetzt so arg weit weg wohnen würde. Nee, nee. Ach, das wäre ja viel zu einfach. Nein, einfach bloß aus folgendem Grund. Die Bahn, beziehungsweise der öffentliche Nahverkehr, Bahn und Bus, fährt total blöd dahin. Deswegen ist der Weg sehr, sehr schwer zu erreichen. Also, nicht der Weg ist schwer zu erreichen. Meine Mutter ist schwer zu erreichen. Du machst nur 20 plus, ne? Ja. 20 weitere Schadenspunkte reichen leider nicht dafür. Ja, hätten wir 50 hier ab. Hätten wir 30 erhöhen können, dann wäre es vorbei gewesen. Wie nett, damit kriegst du doch einen... Krieg er noch einen Pokémon, ja. Hier, Hundemon. Böse, böse Feuer. Böse, böse Tod. Ja, wir werden wieder verlieren. Ich bin heute auch nicht so richtig in Stimmung, muss ich sagen. Von meinen Arbeitskollegen, über die ich mich da ja gerne mal über... Beziehungsweise Arbeitsgruppenkollegen... Sonst klingt das ja so, als würde ich arbeiten. Aber ich bin ja Student. Kommt zwar fast aufs Gleiche raus, aber trotzdem. Ja. Auf jeden Fall, da ist der eine jetzt krank. Das heißt, da muss man dann auch wieder gucken, wie man es macht. Und es ist alles. Es ist echt derzeit... Irgendwie ist der Wurm drin. Aber keine Sorge, die Projekte laufen weiter. Ich muss auch mal gucken, weil ich noch gucken muss wegen der Aufnahme von Diamant. Weil Diamant war ja, glaube ich, die erste... Also Diamant und Perl. Ich weiß, es wurde auch eine andere Edition genannt. Aber nein, ich bringe tatsächlich Diamond und Perl. Beziehungsweise Diamond. Fall nicht. Und da muss ich nochmal ein bisschen Nachforschungen betreiben. Aus dem Jupp, mein Kopf. Das hat jetzt nichts damit zu tun. Das ist, wenn das Herz jetzt so lange da drauf sitzt. Ja, ja, die... Zurück zur Weihnachtszeit, Leute. Ist es bei euch Schnee? Bei uns war heute ein ganzes Acken Nebel. Furchtbar. Aber wenn es bei euch schneit... Wäre cool. Bei uns schneit es nämlich nicht. Nee, kein Stück. Überhaupt nicht. Nicht die Spur von Schnee. Aber Nebel. Durchgehend. Aber da kommt man sich vor, als wäre man in Engenland. Ist... Also... Gut. Ist ja auch an sich nicht so wichtig. Ich muss mal Müll rausbringen. Ja, ich habe hier eine ganze Kiste voll Papiermüll. Das stapelt sich bei mir schon. Und Plastikmüll übrigens auch. Aber das Problem ist halt bei uns... Wir sind ja sehr viele Personen im Haus. Das habt ihr ja mitbekommen. Und... Das Problem ist einfach... Dass wir tatsächlich... Auch sehr viel Müll haben. Und ich habe das Gefühl, der wird nicht so akkurat geholt, wie er eigentlich sollte. Denn... Wege... Der Müll... Es wird immer mehr, aber er wird nie weniger. Und die Mülltonnen sind schon bis zum Rand gefüllt. Das bedeutet, ich kann mein Zeug jetzt erstmal nicht wegbringen. Und... Ja, ich hoffe echt, der wird bald mal geholt bei uns. Ich muss mal gucken, wann der geholt werden sollte. Ich muss ja echt dazu sagen, sollte, weil... Wann er wirklich geholt wird und wann er geholt werden soll, das sind... Wie mir scheinen zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ich fand es gut, dass ihr auch Geräusche macht, bevor ihr euch euren Eltern nähert. Damit die das mitkriegen. Doch, das hat mir gefallen. Das finde ich echt... Das finde ich lustig. Weil, ja, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich mache mich über euch lustig. Nein, ich mache es ja genauso. Das ist ja der Witz. Jetzt habe ich euch ja im letzten Part erzählt, dass ich das genauso mache. Ja, ich greife diesen Part nur ein bisschen was auf. Ihr wisst, Mittwoch ist bei mir immer ein bisschen doof. Weil ich Dienstag aufnehmen muss. Und Dienstag bin ich ja lange in der Uni. Und dann ist wieder Abend. Und jetzt ist auch Abend. Und... Nee. Da ist man immer ein bisschen fertig. So leidlich es auch ist. So, komm. Jetzt dreimal Kopf. Einmal, zweimal, dreimal. Danke. Das hört ja gar nicht mehr auf. Also gut, 240 Schaden mit einem Grammoklis zu machen, da gehört schon Glück dazu. Das gebe ich... Das gebe ich zu. Es war jetzt nicht nur Talent. Also, ja. Bisschen Glück war dabei. Ein bisschen. Ganz kleines bisschen, nein. Es war natürlich vollkommenes Glück. Aber wenn mich jemand fragt, das war Talent. Ne? Nur damit ihr es wisst. So, ich möchte jetzt mal was probieren. Wenn unser Gegner nämlich nicht daran denkt, dass er das Vieh austauschen muss, dann kriege ich es mit Kismetwunsch klein. Und wenn nicht, dann haben wir hier zumindest so ein bisschen ein Holding drin, das uns Zeit verschafft. Und worüber ich mich übrigens noch beschweren muss. Was ich vergessen habe, mich darüber zu beschweren. Leute. Kennt ihr das, wenn jemand onkommt und... Euch anschreibt. Und dann nicht mehr antwortet. Und irgendwie erst eine Woche später wieder antwortet. Sowas finde ich total beschissen. Ja. Sorry, auch meine Wortwahl. Aber ich kann das nicht leiden. Wenn jemand ein Gespräch anfängt und verschwindet dann. Mit einem Gespräch. Das geht nicht. Wenn man redet, oder wenn man anfängt zu reden. Anfängt zu reden, ja. Wenn man anfängt zu reden, dann muss man wirklich auch mal bis zum Ende durchziehen. Ja, ich möchte keine Karte spielen. Das wäre ja dämlich. Schaden gefallen. Nur noch 110. Ja, schön, dass wir doch noch einen Sieg erringen konnten. Habe ich eigentlich neue Anfragen? Das habe ich gar nicht geguckt. Ich glaube, die eine Person vom letzten Mal habe ich immer noch nicht angenommen. Ah, dich habe ich total vergessen. Anfragen. Ja, es tut mir leid. Und TigerPro HDLP. Du tust mir auch leid. So ein bisschen. Jetzt nicht nur wegen dem Namen. Nein, ich möchte mich jetzt nicht lustig machen. Weil ich bin ja, ich bin ja eigentlich ein Netter meistens. So. Gut, Leute. Ich mache dann... Ja, wie lange geht der Part eigentlich? 16 Minuten. Gut. Ja, muss ich kurz einblenden. Ich habe es nämlich mal wieder verschoben. Lasst mir in den Kommentaren einen Daumen nach oben. Guckt in meine anderen Projekte rein. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Schreibt mir auch mal ein Thema, worüber ich reden könnte. Bis dann. Euer Woll.